Wir haben alles neu, eine neue Mission für Diebe, neue Attentatsmission, alles neu und deswegen werden wir auch noch holen, denke ich, uns abholen, aber erstmal auch in die Assassinszeremonie. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Musik 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 Du, wieviel? Meister-Assassin ich habe? Einfach mal auf Stufe 7 von 2. Oh Mann, ey. Aufträge, Barcelona. Was haben wir denn für ein neuer Gruppenzwang? Jo. Perfekt. Weil meine Assassinen, die ich ja jetzt habe, die meisten Assassinen, die brauchen ja jetzt nicht mehr auf Reise geschickt zu werden. Aber ich muss doch neunmal Pfeilhagel und zweimal im Kampf Assassinen rekrutieren. Das dürfte doch wohl hinzukriegen zu sein. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Wir können ja mal ein paar Bilder angucken. Hier, Baron de Valois, wo ist er? Da ist er, der Baron de Valois. Todesjahr 1503. Der Baron de Valois wurde innerhalb des italienischen Lagers getötet. Nach seinem Tod sind seine Truppen ungeordnet geflohen, was Cesare seine französische Armee gekostet hat. Genau. Weisen wir zur Kaserne. Mal schnell. Und dann zur Diebesgilde und holen uns die Aufträge ab. Dann gehen wir nochmal in die Gegenwart und reden mit den Leuten. Und dann speichere ich und dann höre ich auf für diese Aufnahmesession. Hat Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir sind jetzt in Sequenz 7. Hmm. Hm, okay. Das ist interessant. Habe ich nicht neue Auftragsattentate oder hat die Anzeige mich nur verarscht? Okay, und da rein kann ich auch noch nicht, also neue Deepsaufträge kann ich auch noch nicht abholen. Momentan. Also ich werde mich einfach... Das kann ich jetzt machen, okay, alles klar. Wieder zur isolativer Insel. Ähm, einfach mal schnell jetzt teleportieren. Dann, äh, ja. Ist es halt nicht so, dann kriege ich anscheinend doch noch keine Aufgaben. Aber das, denke ich, ist kein Problem. Wohl, ich könnte einfach noch mal ein paar Kämpfe, äh, anzetteln, so ein bisschen. Zwei Kämpfe einfach nur, um die Herausforderung gerade noch zu machen. Einfach so, just for fun. Ich bin auch irgendwie schlecht oder so, naja, ist klar. Nur zwei Wachengruppen finden. Okay. Was für ein Mann. Nicht wie Arrigo. Ha. Dio del cielo, er ist wahnsinnig. Er kann uns nicht weglassen. Ah, jetzt habe ich schon geschafft. Das war ja locker easy. Oh. Tja, bei so vielen Söldnern hier, kein Wunder. Oh. Ja, vielleicht kann ich noch ein paar Kugeln abstauben. Ambrus-Bolz sind vielleicht auch ein paar. Warum nicht? Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Oh, Mist. Katze, Katze. Bitte, non uccidete mich. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte, bitte, du mich leben. Bitte, Vertik. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich habe? So, so, so. So, ich habe jetzt wenig geredet. Ist mir jetzt auch völlig egal. Ich laufe kurz noch rein. Und dann stehen bleiben und Animos verlassen, weil anscheinend kann man noch mit anderen reden. Uns fehlt jetzt noch eine Herausforderung bei den Assassinen. Und die Assassinen-Herausforderungen sind jetzt nicht so viele, sind auch relativ einfach. Und deswegen kann man die gut machen, weil man auch was Geiles kriegt. Nämlich dieses alte ihr Schwert. Desmond ist zurück. Jo, das bin ich. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Das Baby wäre soweit. Nein, ich will noch nicht. Ich habe natürlich auch so eine Tasse gedrückt, während ich an dem Animos vorbeigelaufen bin. Richtig geil. Naja, was soll's, ne? Ich wollte eigentlich nur den Animos verlassen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Steh langsam auf. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Wir reden später. Essen? Kann ich noch was essen? Und wo Lucy ist, weiß auch keiner. Ich habe so das Gefühl, sie hat ziemlich schlecht organisiert. Kann das sein? Ja, ich mache es. Ich habe es nicht. Kann man Lucy irgendwie von hier aus sehen? Nee, nur schlechte Texturen. Hahaha. Ja, 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 ja. Okay, gehen wir wieder rein. Weiß nicht, wo Lucy ist. Bin beschäftigt. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Kurz nochmal E-Mails abchecken. Wir brauchen einen Plan. Ich bin beschäftigt. Ja. 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 what the fuck okay ihr müsst das jetzt selbst ich hab keine Lust das jetzt vorzulesen ok 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 wo haben wir denn ja ähm ja ja nichts interessantes Okay. 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 alternativ kann man ja auch von mir aus speichergerät bestehende speicher überschreiben so natürlich beenden war direkt dann auch alles klar also ja ich möchte mich verabschieden von euch und zwar wenn es euch gefallen hat dann gibt doch einen daumen hoch außerdem schreibt ihr vielleicht noch einen kommentar was kann man so verbessern was haltet ihr generell von meinem let's play und alles das was ihr so sagen möchte könnt in die kommentare backen ja ja und wenn ihr immer up to date sein wollt dann klickt einfach auf den abonnieren button wenn ihr immer sehen wollt in der abo box chris also das bin ich chris hat wieder ein neues video hochgeladen von assassin's crew bravo von gta 5 von who cares ja dann klickt einfach auf den abonnieren button und ihr seht immer wenn das video draußen ist und ihr in die abo box guckt und die abo box nicht spinnt dann seht ihr immer das neueste video ja verstanden also ihr wisst was zu tun ist ansonsten kann ich nur sagen haut rein bis zum nächsten mal man sieht sich ciao